Radio Gong tauscht ein altes Fahrrad gegen ein neues E-Bike und so funktioniert es. Hörst du deine Fahrradklingel bei uns im Gong-Programm? Dann lauf schnell zu deinem Bike. Steht der Radio Gong Reporter davor, hast du das neue E-Mountainbike von Fischer im Wert von 1499 Euro gewonnen. Hör dir dein neues E-Bike mit deinem Heimvorteil. Radio Gong